Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes DVDI-TECH-E8103 Minifunk. Hochleistungsstarker HDV-Camcorder mit manuellen Features, 1080, 50i und 25p Aufnahmemodus, 3-Clear-Vitkmus-Sensor mit Exmor abgeleiteter Technologie, Weitwinkel-Sonic-E-Linse mit 20x-optischem Zoom, Optik-It-Steadus-Hut und 3.2-Straffine-LCD, 1, 3, 3-Clear-Vitkmus-Sensor mit abgeleiteter Exmor-Technologie für überragende Bildqualität mit erweitertem Dynamikumfang und verbesserter Empfindlichkeit. Sony G-Objektiv mit leistungsstarkem optischen 20-fach Zoom und 1, 5-fach digital extender Lichtstärke. 1, 6, 3, 4, Brennweite 4, 1, 82 mm 8, 1 cm 16 0, 9-Straffine-LC-Display mit hohem Kontrast dank 921.000 Bildpunkten Auflösung und weitem Betrachtungswinkel, hohe Empfindlichkeit, Mindestbeleuchtung 1, 5-Lux, Opt. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, durch Werbung und Links zu Amazon Amazon Deutschland. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon Deutschland klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.